Mike Künzle, wissen Sie noch, wenn Sie das letzte Mal in der National League getroffen haben? Wahrscheinlich war es die letzte Saison. Ich weiss es nicht mehr genau. Vor acht Monaten war es gegen den Genf, die Sie reüssiert haben. Wie erleichternd war es, dass Sie heute gegen Lausanne wieder das gegnerische Goal getroffen haben? Ja, es ist eine grosse Erleichterung, dass sie wieder einmal reingekommen hat. Ich hatte eine, zwei Chancen, wo ich zum Teil etwas unglücklich reagiert habe. Zum Teil der Puck etwas blöd gesprungen. Jetzt bin ich sicher glücklich, dass sie reingekommen hat. Allgemein betrachtet 6-1 Künzle, zumindest selbstbewusst aussehen. Ist der Knoten Platz bei der ZSZ1? Es war ein Spiel. Ich denke, wir haben sicher noch einen langen Weg vor uns. Aber wir hatten sicher einen guten Start. Wir sind eigentlich gut aus der Garderobe rausgekommen. Wir haben mit viel Energie gespielt und das war sicher ein guter Punkt. Danke bestens.